Hallo, ich bin gerade im Zug Richtung Zürich. Ich bin irgendwie schickig angezogen. Wollt ihr mal, als ich herange? An das Energy Store Night! Meine hübsche Begleitung ist heute Shani. Hey! Sie ist heute meine persönliche Assistentin. Wir sind jetzt in Zürich EarlyCon angekommen. Wir gehen jetzt mal Richtung Hallen Stadion. Aber ich glaube, ich habe mega Lust auf Burger King. Wir haben jetzt gerade im Burger King gegessen. Und wer ist jetzt auch hier? Kevin! Es ist mir einfach kalt. Es ist gut. Es ist gut? Es ist kalt. Nein, ich finde es einfach nicht so kalt. Wir sind warm. Wir sind heiss. Nein, nein. Ich habe gerade ein paar Pantäne auf meine Lebe machen. Tschüss! Tschüss! Da sind wir vor dem Hallen Stadion. Es hat schon mega viele Leute. Heute wird es so cool sein. 13'000 Leute werden in der Dänesi. Wir stellen jetzt auch, um unsere Tickets einlösen. Wir haben gerade unsere Pätsch bekommen. Und wir haben die Wanderling. Wir haben die Wanderling. Wir haben die Wanderling. Wir werden gerade zu unserem Platz begleitet. Und nachher haben wir noch Zugang zum VIP-Bereiten. Ich bin gerade voll am strugglen mit meinen hohen Schuhen. Sie müssen schauen, sonst verlieren wir sie, unsere Kleine. Oder ich gehe auf die Tresse. Aber dann bin ich hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hey. 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 Schau mal durch. Jetzt gehen wir mal durch. Bitte stehen. Platz. Wow. Wow. Nachdem wir jetzt ein halbes Fotoshooting gemacht haben, haben wir jetzt endlich mal den VIP-Bereiten. Hier. Ich quelloin. Hier. In der Tür. And Monterein. Was nicht impossible. SWISS COMPRESENTIERT Guten Abend, wie ist das hier? Hey, jetzt nehmen wir schon nach ein paar Minuten Top, danke euch! Und weiter geht's mit... Alice Burton I've got the roots of my heart Was never on the ground I've got the roots of the deep roots Are you having a good time? Ich brauche eure Hilfe Es gibt nämlich jetzt das grösste Piano-Karaoke Das es je gibt Wer kennt zum Beispiel 07-9? 07-9 hat sie gesehen 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 08-9 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 hat sie gesehen Ich finde ihn mega hübsch. Dankeschön. Meine Damen und Herren, werdet ihr das gesehen? Gniet bis zum Tag, Kevin! Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Grill-Grill-Grill. James. Gniet bis zum Tag, Kevin! So then I was happy And my heart is broken What are you feeling? You feel good? Yeah What's up, what's up, what's up What's up, what's up, what's up Stress Are you ready to party? Fyster, fyster Chester, go, fyster Chester, go, fyster Chester, go, chester Chester, go, chester Chester, go, chester All the sky in this year again Chester Cheese Ah Ah Und weiter geht's mit Olli Morse Everyone in the middle, how are you guys going? Sidor Ich trage tausend Tattoos auf der Haut, ein Astronaut und ein Sägeblatt Hey Leute, versteht ihr mich überhaupt? Könnt ihr mich verstehen, Li? Ich hab gelernt, damit ihr mich leichter versteht, muss ich immer Li am Ende sagen. Könnt ihr mich verstehen, Li? Leute, ich wäre fast draufgegangen. Ich glaube, ich verklag die, weil die Schweizer sind reich. Dann kann ich mir noch eine Schweizer Uhr kaufen. Leute, aber was mit Sido? Ist der auch okay? Das sind die Nominierten! Der Energy Music Award 2018 Blick Damien Möhn Hecht Möhn 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 Das war's für heute. ZW dei B ZW Blablabla Musik Thank you so much! Dankeschön! So, es ist mega cool zu sehen. Es ist leider schon vorbei, aber noch nicht ganz. Wir gehen jetzt noch an die Afterparty! Wir haben hier noch die coole Barpiepe, die uns mega tolle Cocktails machen. Bevor wir an die Afterparty gehen, wollte ich mich bei ENERGY noch bedanken. Es war mega cool. Wir haben es wirklich super gemacht. Und alle Acts waren mega toll. Ich und Kevin haben die ganze Zeit getanzt und gesungen. Ich habe immer voll den Struggle mit all meinen Sachen. Wir gehen jetzt in den Schattenbuss. Wichtig! Afterparty! Und es findet im Hiltel statt. Jetzt machen wir richtig Party! Untertitel des WDR c. So, wir sind jetzt gerade vom Hildli raus. Die Party ist fertig. Was ist der Tag? Es ist halb sechs. Es ist halb sechs. Es ist noch nicht halb sechs. Es ist fünf. Was? Es ist schon fünf. Es ist halb fünf. Und wir gehen jetzt etwas essen. Und dann gehe ich auf den Zug. Mit einem ganzen Energy Team. So, ich bin jetzt in Zürich am Bahnhof. Ich fahre jetzt wieder Richtung Basel. Es ist halb sechs Uhr morgens. Ich bin mega kaputt. Ich habe noch etwas Mech gegessen. Es war ein mega coole Abend. Es hat mir mega gefallen. Ich hoffe, mein Vlog hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und subscribt mich auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.